Willkommen zum neuen Video, wieder Bruchtauenfans, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man Facetime machen kann. Der Mama hat mir letztens auch mit dem die Haare geschnitten und dann meinen Anbau. Auf jeden Fall. Äh, ja. So, dann kann ich die Kippen verloben. So, ich habe den Sumerangaffen jetzt fertig gespielt. Fehlt beim Eisaffen noch zur Sache. Hier das noch. Das Anflügelang immer noch. Dann hier noch die beiden Sachen. Das war's auch. Ähm, ja. Ja. Wir werden heute mal... Okay, wir werden uns heute Kobismus aus Mitte spielen. Weil ich das Video jetzt nicht so lange mache. Im anderen Video ist so groß. Hi, Vian. Oh, ich habe das beste T-Shirt drin. Ich habe das beste T-Shirt drin. Ich habe das beste T-Shirt. Mit Berlin, Berlin. Berlin, Berlin. Jan, Jan, okay. Okay, also... Ich bin nicht rausgegangen. Also alles gut. Äh, wann was da? Nehmen wir mal an. Ich habe das gerne in der Kopf gerade. Ich glaube, ein Eisaffe, da kann ja eine Schicht auch platzen. Dann... Dann... Kannst du gleich vielleicht das erstmal langen. Kann man das? Was glaubst du ist das? Keine Ahnung. Jan, ich habe außerdem die Facecam jetzt. Aber ich glaube, ich hoffe die vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hab gerade erst... Einfach so sehr viel. Aber jetzt will ich das aufnehmen. Bin ich auch dabei, das andere Video zu schneiden. Jan, guck mal. Weißt du, der Eisaffe zerstört ja immer meine Schicht. Was für Aufgaben fehlen wir bei ihr noch? Das ist cool. Mal gucken. Sorry. Ibo, ich war ein bisschen anders. Schiefgefehl. Bitte sein Blücher schlägt durch. Äh... 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 Jetzt ist das nicht so schön. Ich... Ich... Ja... Ich... 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 Das war ja so viel Heldbendermin, um es zu machen. Okay. Ähm. Ja. Jetzt können wir noch zu kommen. Ich werde noch aufschmeißen. Ja. ja das war sonst ein Problem mit Jagd. Uff, da hat er das Gehirn nass. Das bleibt gut, dass ich nicht mehr aufgeregt habe. Pägenblei. Löffelblei. weil er es hat der auch die K parach auf die Bühne geschafft ' die Bühne los sind ah auch die Bühne los ja da auch die Bühne los echte sein auch die Bühne los mit dem ich mach dir mein was die war und war und war und ich und ich war und Die roten Witte, also die roten Witte. Von der roten Witte. Überschneiden von der Kampffennung. Nach dem Mops schau ich mir gleich. Komm, du warte. Ich habe etwas zu spielst. 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 Das ist das Spiel auf die Kampel. Das ist eine Fähigkeit. Aber ich habe etwas zu spielst. Ich weiß nicht, wie ich das hier aber noch einiges abkommt. Ich weiß nicht, wie ich das hier verletze. Ich weiß nicht, wie ich das hier verletze. Ich weiß nicht. Oh! Spannende Ich höre dich nicht. Ich zocke. Ich höre dich nicht. Ui, wie alt bist du? Was? Was? Nee, du bleibst die Mama, wenn du meinen Schnitt beleidigst. Aber wovon mag man schon so oder sein? Möchtest du, Mama? Nein, nein, das möchtest du. Ha, ich hab die Flasche. Okay, 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 okay. Was ist das jetzt da drin? Hallo. Appelschale. Ja, guck mal. Angst. Nein. Was ist das? Oh, ja ich habe mich. Was ist das? Das war der Masch. Masch, die Masch. Das ist das. das kann ich von mir auch nicht ähm so 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 ähm ja Okay, ab. Okay, ab. Okay, ab. Okay, ab. Okay, ab. Du kannst du jetzt einfach nochmal auf, sonst ich darf nicht mal mit spielen. Ach! Bitte! Ja, gut. Ja, gut. Ja, du kannst du da. Guck dich, bist du da ja. Und du kannst du auch. Du kannst du dir, bist du da ja. Du kannst du auch. Du kannst du nicht. Du kannst du nicht. Okay, das war's mit dem Video, wir haben... Dann das war's, die alles für Abschiede, den haben wir auch schon ein bisschen... Ja, das war's... Ja, 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 das ist mir das, das. Das kann man, ja. Was ist mir so cool. Oh, ja, ja. Äh, heute schon Fliegerstoffe. Äh, keine Ahnung, ich mach das hier. Na, schneller dann, aber ich werde die Tarn von DDT-Boot. Ja, dann mach das eigentlich gar nicht hier. Das hier kann DDT-Boot. Er fährt die Tarn von DDT-Boot, aber dann macht das hier ja schon. Da kann er einfach die Schneideblut. Speziale schaffen mit Aufnahme der Krüste. Und dann kann er auch die Tarn von DDT sein. Und ich jetzt da. Ähm, okay. Dann ist das mit dem Video. Ihr könnt liken und abonnieren. Äh, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen, könnt ihr das Video disliken. Oder gar nichts machen. Ihr könnt mit euren Freunden-Gruppe, Hunden, alles teilen. Die WhatsApp-Gruppe. Äh, ja, das war's mit dem Video. Äh, ist eure Wahl. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Peace. Peace.